Die Sendung wurde live untertitelt. Ich bin's wieder, dein AlexusLP und das hier heute wird ein Power-Level-Guide. Das heißt also, ich werde euch zeigen, bestimmte Grinding-Spots, wo ihr Charaktere besonders schnell hochziehen könnt und bestimmte Tipps und Tricks, wie ihr sie noch schneller hochziehen könnt. Ihr seht, ich habe hier meine zwei Hauptcharaktere, Alex von House of Stark, Luthor Bankier, beide Stufe 50. Luthor Bankier ist ebenfalls schon gegrindet gewesen, Alex von House of Stark habe ich noch gequestet. Und ansonsten hier Asuna Stark, halt langsam, Günther von Cornblumlee und Ivy Stark sind allesamt Grinding-Charaktere, die nur hochgepusht worden sind, ausschließlich über das, was ich euch heute erklären werde. Ich werde mich jetzt mit Ivy einloggen. Die ist zwar erst Stufe 43 oder 42 oder so, aber zum Zeigen ist die wunderbar. Und zwar gibt es mehrere Möglichkeiten, es gibt mehrere Farming-Spots, es gibt mehrere Orte, an denen ihr Solo als auch in der Gruppe grinden könnt, also Gegner farmen, um besonders schnell XP zu bekommen. Und ich werde euch auch erklären, wie ihr diese XP dann noch in die Höhe steigern könnt, bis zu über 300% XP könnt ihr nämlich bekommen von einem Mob. Das heißt also, ihr kriegt nicht 100% von dem Mob, sondern 300% von dem Mob. Gucken wir uns gleich zusammen an. Nach diesem wunderschönen Ladebildschirm hier. Ich hoffe, der wird nicht so lange dauern. Und dann legen wir auch schon los mit dem Erklären. So, also das hier ist meine liebe Ivy Stark, so sieht sie aus. Und sie hat bereits Farming-Gear an. Und zwar geht es jetzt hier schon los. Oh, das ist alles kaputt, aber es spielt keine Rolle. Folgendes ist der Fall. Am besten, wenn ihr grinden wollt, wie gesagt, bestimmte Orte, es gibt sowohl Solo-Grinding-Orte als auch Gruppen-Grinding-Orte. Da haben wir hier einmal als wunderbaren Solo-Grinding-Orte. Wie wechs von Fahnen. Jetzt reden wir wieder die NPCs dazwischen. Also, wie wechs von Fahnen. Wunderbarer Ort zum Solo-Grinden, weil da auch zum Beispiel immer andere Spieler unterwegs sind, bei denen ihr mitmachen könnt, mit denen ihr mitlaufen könnt. Und hier wäre das der Punkt, hier ist wie wechs von Fahnen. Sehr zu empfehlender Spot, muss man aber nicht benutzen. Ein weiterer wunderbarer Spot, um alleine zu farmen, zu grinden, ist hier unten die Charga, die Brandstifterin. Ja, das ist hier hinten quasi am Ende des Flusses in Orsinium, im DLC Orsinium, ist das eine Dwemer-Ruine, zu der man hingehen kann. So, jetzt werde ich zeigen, was der Top-Spot schlechthin ist. In diesem Spot kann man aber ausschließlich nur in einer Gruppe grinden und auch ausschließlich nur dann, wenn einer der beiden Spieler Champion-Rang ist. Und zwar ist es Skyreach oder zu deutsch die Katakomben von Himmelsgriff. In Katakomben vom Himmelsgriff gibt es so viele Mobs, so viele NPCs zu töten, dass ihr innerhalb von einem Durchlauf mehrere Level aufsteigen werdet. Ich werde gleich erklären, wie das Ganze funktioniert, wie die Thematik da drin läuft. Ich werde davon noch ganz kurz erklären, wie ihr eure Multiplikator für euren XP in die Höhe treiben könnt. Die einzige Regel da drin ist, es sind so starke Gegner da drin unterwegs, dass ihr mindestens einen Champion-Rangspieler mit dabei haben müsst. So, gucken wir uns jetzt mal ganz kurz an, wie kann man denn seine XP steigern. Dazu werde ich hier ganz kurz reparieren. Ich habe natürlich zu wenig Gold dabei, was auch sonst. Ich möchte Gold abheben. Dankeschön, wir machen das mal ganz kurz im Video. Ich hoffe, das stört euch nicht. Das passt schon. So, und dann werden wir uns noch ganz kurz teleportieren, damit ich euch das in Skyreach mal kurz demonstrieren kann. So, also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie ihr eure Multiplikatoren für die XP in die Höhe treiben könnt. Da gibt es sehr effektive Wege, um besonders schnell zu leveln. Das kürzeste, was ich, glaube ich, jemals gehört habe, waren unter vier Stunden. Zweieinhalb Stunden, glaube ich, habe ich letztens gehört. Zweieinhalb Stunden hat jemand aus meiner Gilde geschafft und generell in vier Stunden ist man Max-Level, also in vier Stunden kann man Level 50 erreichen. Gar kein Problem. Und das funktioniert folgendermaßen. Einmal braucht ihr dafür am besten ein Event. Was sind Events? Ab und zu mal, jetzt zum Beispiel gerade in diesem Moment, ist das sogenannte dreijährige Jubiläum von Serena Scrolls Online. Diese Events gibt es mehrmals im Jahr. Wir haben zum Beispiel zu Herbstzeiten gab es das sogenannte Hexenfest. Zu Neujahrszeiten gab es das Neujahrsfest. Und so weiter und so fort. Jetzt letztens zu Fasching gab es das Narrenfest. Und jetzt gibt es halt hier eben das Jubiläum zum Zweijährigen. Gibt es hier einen unterschiedlichen Kuchen? Nein. Das Ganze aktiviert ihr einfach. Und wenn ihr dies getan habt, ist eigentlich das Dreijährige, aber da ist halt eben ein Schreibfehler drin, ist ja auch egal. Wenn ihr dies getan habt, habt ihr nun einen Buff aktiv. Den könnt ihr hier euch anschauen. Und zwar ist es der Jubiläumserfahrungsbonus 2017, erhöht jegliche Erfahrungsgewinne um 100%. Das heißt also, wenn ihr nun einen Gegner tötet, kriegt ihr nicht 100%, sondern ihr kriegt 100 plus nochmal 100. Also 200% mehr, also nicht 200% mehr, aber ihr kriegt 200% XP. Nicht nur 100, sondern 200. Dann geht das Ganze noch weiter. Dann gibt es Physik Ambrosia zum Beispiel. Das gibt euch für 30 Sekunden lang 50% mehr Erfahrungsgewinn. Das gleiche gibt es nochmal als Schriftrolle aus Synchronshop. Das hält dann 2 Stunden lang statt 30 Minuten. Eine Physik Ambrosia Flasche könnt ihr euch aber auch herstellen lassen oder kaufen. Ihr seht hier, der Preis liegt bei 3000 Gold. Dann gibt es Müs, dann gibt es ätherisches Ambrosia. Ätherisches Ambrosia kostet ein bisschen mehr, 12.000 Gold pro Flasche ungefähr. Das bringt dann 30 Minuten lang 100% mehr Erfahrung. Und dann gibt es noch zum guten allerletzt das mystische ätherische Ambrosia. Das gibt euch 150% mehr Erfahrung für eine halbe Stunde. Und zwar kostet das dann so ungefähr 24.000 Gold. Das ist also schon eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Was normale Ambrosia kann man sich auf jeden Fall mal leisten. Zumindest wenn man mal ein, zwei Charaktere hochziehen möchte, ist das kein Problem. Okay, das heißt also, ihr seid dann schon bei 100% plus 100% Event plus 150% mystisches ätherisches Ambrosia. Heißt, ihr kriegt von einem Gegner 350% Erfahrung. Das ist schon mal sehr, 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 sehr viel. Jetzt kommt noch etwas dazu, was sich jeder herstellen lassen kann von jedem Handwerker. Das kostet auch kein Geld, weil die Handwerksmaterialien, die man dafür benötigt, die sind so preiswert, dass sie sich hier wirklich jeder leisten kann. Auch der gerade angefangen hat, kann in einer Gilde einfach mal rumfahren. Dann kriegt man sowas im Normalfall sogar schon geschenkt. Ja, von netten Leuten, die an das herstellen. Und zwar lehrende Ausrüstung. Lehrendes Gier, wie auch immer man das nennen möchte. Warum ich hier derzeit keine Schulterplatten trage, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Lehrende Ausrüstung. Ihr seht hier Verzauberung und darunter seht ihr eine Eigenrüstungseigenschaft, die heißt lehrend. Erhöht euren durch getötete Feinde erhaltenen Erfahrungswert. Da haben wir hier 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Das heißt, wir haben schon mal 70% alleine durch die Rüstung. 70% mehr Erfahrung. Und dann haben wir hier nochmal Waffen. Ja, das sind nochmal 8%. Das heißt, wir sind bei blauen Gier und bei grünen Gier. Das ist halt nochmal ein kleines bisschen weniger. Aber wir sind plus, minus ungefähr zwischen 60% und 80% Überrüstung, die ihr nochmal dazu bekommt. Das heißt also, wir haben 400% Erfahrung erreicht. 400% Erfahrung. Ich gehe jetzt mal hier von lilanen Gier aus. Ja, also mystisches, ätherisches Ambrosia, Event. Plus nochmal den Gegner. Sind wir bei 350%, die ihr bekommt. Plus die Ausrüstung. Plus, minus, damit es sich besser anhört. Nämlich jetzt hier mal 80%, sagen wir mal. Wenn ihr die Waffe hochgezogen habt. Dann seid ihr also plus, minus ungefähr bei 430%. Und jetzt kommt noch etwas oben drauf. Und zwar, wenn ihr ESO Plus Mitglied seid. Ja, wenn ihr die ESO Plus Mitgliedschaft monatlich bezahlt. Bekommt ihr nochmal 10% oben drauf. Wenn ihr in einer Gruppe unterwegs seid. Bekommt ihr nochmal 10% oben drauf. Das funktioniert aber nur in einer Zweiergruppe. Und zwar kriegt ihr als Zweiergruppe einen kleinen Erfahrungsgewinn Bonus. Ja, der sogenannte Gruppen Bonus. Und desto mehr Mitglieder in dieser Gruppe drin sind. Und desto, also ihr kriegt einen prozentualen Bonus. Ich kann euch gerade nicht auswendig sagen, wie viel der beträgt. Und desto mehr Gruppenmitglieder in einer Gruppe sind. Desto mehr wird dieser aufgeteilt. Das heißt also, es lohnt sich vor allem zu zweit. Weil dann ist dieser Gruppen Bonus ja am höchsten. Weil zu zweit ist man ja schon eine Gruppe. Ja, zu zweit lohnt es sich am meisten mit diesem Gruppen Bonus rumzulaufen. Das heißt, ihr seid letzten Endes bei 44%, die ihr vom Mob bekommt. Ja, plus nochmal, ihr müsst immer bedenken. Ihr kriegt ja schon 100% durch den Mob. Ihr kriegt bloß nur nochmal auf diese 100% lauter Bonus oben drauf. Sind wir also bei über 440% mehr Erfahrungen, die ihr bekommt. 340% mehr plus die 100% vom Gegner, den ihr tötet. Sehr, sehr viel. So, bei Sky Ridge funktioniert das jetzt folgendermaßen. Da will mich irgendjemand in eine Gruppe einladen, möchte ich nicht. Bei Sky Ridge geht das jetzt folgendermaßen. Ihr habt einen Champion-Punkt-Spieler und einen, der Low-Level ist. Also ihr zum Beispiel. Oder ihr seid zwei Champion-Rank-Spieler, was auch immer. Und ihr geht einfach in die Katakom rein. Dann gibt es da drin Mobs, die müsst ihr töten. Es gibt eine Truhe in einem mittleren Raum, die müsst ihr öffnen. Dann kommen noch mehr Gegnerwellen. Einfach einmal durchlaufen. Den ganzen Dungeon nicht durchquesten, sondern den ganzen Dungeon von links nach rechts durcharbeiten. Von rechts nach links, was auch immer. Und dann geht ihr wieder raus. Da das ein Gruppen-Dungeon ist, wird dieser, wenn ihr ihn jetzt neu betreten werdet, in der gleichen Gruppen-Konstellation, wird dieser keine Gegner mehr enthalten, weil ihr alle getötet habt. Um jetzt diesen Gruppen-Dungeon zu resetten, müsst ihr folgendes machen. Entweder ihr seid in einer Gruppe. Entweder ihr seid in einer Gruppe im Bestfall. Ich habe Leute gesehen, die sind dann hier rausgegangen, haben die Gruppe aufgelöst und die Gruppe wieder neu aufgemacht. Das funktioniert auch. Ihr könnt also rausgehen aus dem Dungeon, Gruppe auflösen, wieder neue Gruppe eröffnen, wieder reingehen. Dann sind die ganzen Gegner wieder neu gespawnt. Was ihr aber viel einfacher machen könnt, wenn ihr einen Champion-Rang-Spieler dabei habt, dann habt ihr hier nicht nur den normalen Schwierigkeitsgrad. Ihr seht es hier, Verlies-Modus wird mit Erreichen von Stufe 50 freigeschaltet. Das heißt also, wenn ihr einen Champion-Rang-Spieler dabei habt, einen Spieler, der über Stufe 50 ist, dann hat dieser hier in diesem Fenster einmal Normal und den Schwierigkeitsgrad Veteran. Dieser Spieler muss dann lediglich einmal auf Veteran klicken und wieder zurückklicken auf den Schwierigkeitsmodus Normal. Und schon wurde der Dungeon resettet. Einfach nur ins Gruppenmenü reingehen, Veteran einstellen, wieder Normal einstellen und dann könnt ihr wieder den Dungeon betreten, wieder von vorne durchspielen, wieder neu durchrennen, wieder rausgehen, wieder auf Veteran stellen, wieder reingehen, wieder durchspielen, wieder rausgehen, wieder auf Veteran, wieder auf Normal, wieder reingehen und so in der Endflusschleife, bis euer Charakter auf dem Höchstlevel angekommen ist. Ganz einfache Geschichte. Und das Beste daran ist, ich habe nämlich unter dem letzten Video, unter meinem letzten Grinding-Video, wo ich gesagt habe, wie Grinding funktioniert, habe ich einen Kommentar bekommen. Du bist der Grund, warum diese ganzen schönen Orte zerstört werden. Du bist der Allerschlimmste. Du bist voll böse und tralala. Und ich habe mir so gedacht, was ist eigentlich bei dir los? Diese Mechaniken gibt es in einem MMO nicht umsonst. Also warum sollte man sie nicht nutzen dürfen? Ähm, und zwar der Vorteil, wenn man hier in Himmelsgriff, in Skyreach farmt, in den Kontakommen von Himmelsgriff, ihr seid nur zu zweit da drin. Ihr stört nie, keinen anderen Spieler, wie es zum Beispiel auf öffentlichen Plätzen der Fall ist. Wenn ihr wie Vex von Fahnen grindet, könnte es sein, dass euch andere Spieler stören und euch die XP wegnehmen, was auch immer. Ähm, das ist hier nicht der Fall, weil hier können nur diese eine Gruppe rein. Ich denke, ich habe es ganz gut erklärt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ansonsten würde ich an dieser Stelle sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich konnte euch eure Fragen beantworten. Wenn ihr weitere Fragen habt, rein damit in die Kommentare. Ich werde mir alles durchlesen und beantworten. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer XRP. Tödelü. 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 Tödelü.